Der Kanzler für mich bringt mich übrigens Christian Sauter. In der Kanzler für die Zürich sind 2 Kilogramm. Die Kanzler für die Zürich sind aus der Maute. Die Kanzler für die Zürich sind 74 Kilogramm ausgestiegen gegenüber Alexander Kiel für den DSG von Ebra gegen Felix Hohmann vom ASV Neumarkt. Die Kämpfe sind freigestillend. Komm wieder rein! Kaupfahl, Kaupfahl! Anderenrund. Vielen Dank. Der Kopf zu Felix, Kopf zu Ola, zieh Kopf zu Felix, gib Ola! Weiter, weiter! Weiter, weiter! невpoletisch! Kanal der Auf乔! Schultesieger in der zweiten Runde, Alexander Kiel vom TSV Stuttgart. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020